Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Flüssige Motivation anzunehmen bei Saul Jin in Foldun. An dieser Position darf für ihn Adler San Juli Tropfen besorgen. Dazu laufe ich einfach hier in diesen überdachten Bereich und klicke diesen Handler an, Dutch Jin, kaufe so ein Adler San Juli Tropfen, kostet 95 Gold, also zumindest auf dem Beta-Server ist es so, da mache ich nämlich diese Quest. Nun heißt es rum zu Saul Jin gebracht. Einfach ihn mit der rechten Maustaste anklicken und dann die Sprechblase hier. Quest ist bereit zur Abgabe. Das macht man woanders, nämlich hier beim Raskaji in Foldun. An dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao.